Gegenüber ist dann, du gehst dann da, dann geh ich da. Ne, das ist ja jetzt schon nass. Das ist jetzt schon nass, genau. Oh je, ob der Relaxo das trocken überlebt? Der hat schon einiges an Wasser heute erlebt. Okay. Die Wasserbahn, das Vicky, den Schiffen auch abbekommen. Wir haben daheim auch ganz viel, wir haben Pomanda, Shiki, was haben wir denn alles, Plurak und Plurak habe ich gedacht. Fünf oder sechs Picachos. Die sind immer so auf der Wohnzimmer-Couch obendrauf. Ja, ist so richtig. Dratini. Ja, ist ja verständlich. Dratini und Orange. Okay, ich freue mich um Dratini. So. Alles klar. Pum. Nee, aber der ist wirklich süß. Er kann nichts dagegen tun. Mein Schlagzimmer ist eine Küche. Ja, wie gesagt, unser ganzes Wohnzimmer. Ich würde es ja auf unsere Kinder schieben, aber wir haben keine. Aber ich brauche dafür keine Ausrede. Nein, stolzes Kind im Herzen. Ja, richtig. Hoppala. Ja, diesmal war es meiner. Diesmal war es meiner. Ja. Wobei alle Spritzpistolen nicht funktionieren. Ja, Gott sei Dank. Hier die nicht. Ja, die nicht. Bei den anderen schon. Ja, da schon. Aber hier haben es jetzt ganz viele schon probiert. Echt? Ja. Bei dem Vicky, den gehen sie auch schon, aber da kann man sich auch wehren. Ja. Genau. Aber der Bereich ist sehr schön geworden hier. Ja. Hat ja ein paar Bereiche jetzt schön gemacht. Ja, alles was sie so neu gemacht haben. Ja. Ja. Ähhh. Einfach da. Ja. Ähhh. Joach! Hä, 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 hä. Wenn es so klappt, bringt nichts. Ah, ja. Deswegen habe ich's auch eben gar nicht erst versucht. Ja. Ja. Da wäre jetzt man sich entweder richtig nass oder gaukelt. Ich finde, die Männer sind ganz schön trocken davon. Ja, das ist irgendwie nicht schön. Das habe ich vorhin abbekommen. Vielen Dank, dass du es gesagt hast. Auf der Ende dann hast du beschissenes Karma oder ich habe sehr gutes Karma. Ich muss nur kurz das Wasser aus der Hose rauslassen. Du warst lange Zeit trocken. Zu lange. Ja, zu lange. Bis zu diesem mysteriösen Kommentar. Man könnte fast an eine Verfluchung denken. Da wird manchmal nachgesagt. Ich hätte ein Teil an Verdußen. Ja. 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 Ja.